ARD Text im Auftrag von Funk Was machen wir jetzt? Hannes? Hey, Hannes! Ja du, wo sie gerade stehen, hat die Barbarin Mörder getroffen. Ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Der Mörder ist einer aus dem Dorf. Geben wir uns ab jetzt darauf hinigen, dass sie auf meiner Seite sind. Und nehmen wir auf der von Mörder. Wie geht das? Wo waren wir denn in der Nacht nach dem Reiftanz? Daheim. Zeigen? Die Mama. Ja, die Mama. Wir haben heute den Tone verhört. Und? War er es? Aber geh, der Tone doch nicht. Darf ich sich daran erinnern, dass einer von den Leuten da ein Mörder ist? Ja. Aber alle anderen sind meine Freunde. Wer die Wahrheit sucht, der darf auch nicht erschrecken, wenn er sie findet. Und? Und? Du weißt was? Es ist immer besser, den schwierigeren Weg zu gehen, weil der Leichte führt immer im Gras. Und? Du weißt was? Du weißt, was im See der Bete ist. Das geht nicht. Wenn du weißt, wie schön man ist ... Gärtens schönste Lieder. Oh, bitte sagen Sie mir, dass die beim Autoradio dabei waren Die gehören an Gary, glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020